Das CARFUM-Mesoporo-System erzeugt durch elektrische Impulse ein Spannungsfeld auf der Haut. Dadurch öffnen sich für eine kurze Zeit Feustigkeitskanäle in der Haut, sodass Wirkstoffe, auch hochmolekulare Wirkstoffe, tiefer und effektiv in die Haut eingeschlossen werden können. Untertitelung des ZDF, 2020 Diesen Behandlungsschritt können Sie bis zu 10 Minuten pro Gesichtshälfte durchführen. Wirkstoffe, 2020 Wir empfehlen das CARFUM-Mesoporo-System mit dem Thermapiler und mit dem EMS-Facelifting-System von CARFUM zu kombinieren.